Ach, mach mal das auch noch kaputt. Sollte eigentlich gleich kaputt sein, das Schwert. Ja, ich hab's geschafft, bin oben. Ja, genau richtig. So, und neues Schwert. Die kriegen wir auch noch kaputt, wenn's geht. Ich will nicht mit so dumm verschlissenem Werkzeug rumlaufen. So, ich hab 64 und 8 Holzblöcke. Okay, und 6 von den Weißen auch noch. Nachhaltiger Anbau. Zack, so. Machen wir es so. So. Hier sieht's ein bisschen kahl aus. Machen wir hier noch. Ja, hier und halt ich's dabei. So, du brauchst Holz, hast du gesagt. Ich tue's hinten in unsere Kiste neben den Betten. Das ganze Holz. Ähm, ganzes Holz. Ja, die ganzen Holzblöcke. Du brauchst was zu essen, hast du gesagt. Ne, hab ich schon geholt. Guck mal. Jut, 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 jut. Hä? Hä? Achso, ich hab schon gedacht. Ach, das sieht ja schön aus. Das wird ja toll. Wundergeil. Ach, und den Boden müssen wir natürlich mit wooden Planks... Warte, ich verarbeite mal das weiße Holz hier zu wooden Planks ein bisschen. Ne, wooden Slaps hätte ich das Boden hingemacht. Äh, wir haben hier aber ganze Blöcke drin. Ja, unten. Ja, hier. Ja, hier schon, ja. Ja, was hast du gedacht? Oh, jetzt weiter oben. Ja, oben ist es mir wurscht. Da haben wir gar nicht das Blöcke drin. Dann machen wir hier unten jetzt unseren... Ich hab doch gerade ganz... Au, Blöcke cool. Was soll der Scheiß? Hä? Ach, da, Mensch. So, ähm... Bop, 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 bop. Ach, fuck, ey. Nehmen wir mal die Hälfte, sollte eigentlich reichen. Ich bin hier ganz durfeinander. Ich? Immer ich. Du weißt, dass immer duplig. Wir können ja mal auch so ne... Ach ja, an alle, die jetzt zugucken, ähm... Bald kommt auch das erste Left 4 Dead 2 Let's Play Co-op... Äh... Together, doch, Co-ops. Co-op heißt's. Äh... Co-op. Hochgeladen, also wird bald hochgeladen. Und wir hoffen, es wird euch sehr gefallen, denn... Wir haben es für euch natürlich sehr schön gemuddet. Und... Es wird euch sehr, sehr viel Freude bereiten, das zu sehen. Also, Coach ist der coolste Charakter. Oh, es wird Nacht. Es wird Nacht. Los! Hallo! Ich komme! Ach, jetzt ist schon mein ganzer Mund so trocken vom ganzen Reden. Warte. Mach die Lockerungsübung. Los, mach sie. Was? Nein, das ist unser Kampfschrei. Ja, okay. Beim nächsten Mal, wenn wir durch ein Labyrinth durchraschen. Das wird übrigens bald hochgeladen, das Special. Natürlich nach der Folge, sonst hätte ich jetzt nicht erwähnt. Lalalala. Also, diese Folge wird nach dem Labyrinth hochgeladen. Und wie kommen wir da hoch? Ja, das darfst du jetzt überlegen. Hm, Chuck Norris. Wie würde es Chuck Norris machen? Mit dem Surroundhouse Kick hochfliegen? Hör! Hör! Nee, geht nicht. Surroundhouse Kick. Ich bin wieder Eier. Ich bin wieder Eier-Kollektor. Warte. So. Und hopp. Schnell, bevor es entflieht. Ja, jetzt haben wir wieder fünf Hühner. Gehst du weg. Weg. Gut, hast du es gemacht. Ja, wie sie jetzt wieder wissen, dass ich hier rausgehe. Ihr blöden Penner. Die können deine Gedanken lesen. Und mit Schwung. Und zu. Dumm und dumm gesinnt sich. Was? Jetzt bist du dran. Ja, da kommst du gar nicht aus. Das Risiko gehe ich ein. Ach, hier brauchst du noch mehr Cobblestone für die... Nee, Treppen haben wir genug. Das ist immer ein schönes Landhaus. Ich bräuchte sehr viel Wundenplanks für die Treppen. Also noch mehr Holzfällen. Ich brauch erstmal nur das Werkzeug. Ach wohl, ich hab noch genügend eigentlich. Mach die Treppe erst mal. Oh. Ja, aus. Wunden. Mir egal eigentlich. Wir können auch normale Steintreppen nehmen. Ach, da ist noch Hühnchen drin. Das sehe ich gerade. Hm, Schenkelstückchen. Apfel. Nein, nicht der Button. Apfel. Ich hab hier Wurden-Slam. Ich hab hier noch Wurden-Stairs bei mir drin. Ich hab hier noch... Ach ja, alles was Wurdes tun wir jetzt mal in die Kiste da oben hin. Eins, zwei, drei. Zack, 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 zack. Und dann... Genau, ich brauch noch eine neue Axt. Eins. Ach, ich baue mich gleich. Eins, eins. Eins, zwei. So, dann noch eins. Ach, dann habe ich noch nicht hier drin gewissen. Was soll's. Tun wir die hier rein. Ach, das hat man doch schon das Lied. So. Was wollte ich jetzt? Mensch, es läuft. Doch, doch, es läuft. Es läuft. Äh, Kappel. Ich baue mal wieder Werkzeug. Also, Schaufel, 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 Schaufel. Ho und ho. Da brauchen wir nicht so viele. Ex, da brauchen wir ein paar. Ähm, kann ich mir kurz einen Gefallen tun? Was denn? Geh mal bitte raus und schaust dir von außen an. Gleich. Ich habe noch ein bisschen Werkzeug getraftet. Ein bisschen. Weil wenn ich jetzt runtergehe, komme ich nochmal hoch. Hast du kein Werkzeug, äh, keine Sachen mehr oder was? Nee, ich will wissen, wie es aussieht. So, auf jeden jeden drei dabei. Warte. Wohl. Ist eigentlich scheißegal. Nee, kannst schon unten bleiben. Mach das einfach. Okay, von der Hoh jetzt nicht so viel. Ähm, Schaufel. Haha. Ich glaube, wir haben Schaufelüberschuss. Ähm. Mach mal gleich noch mehr. Was brauchen wir denn noch? So, ich will es auf die Höhe bekommen. Eins, zwei, drei. Spitzacken. Nochmal. Ich brauche Treppen. Ganz dringend. Drei. Okay. Gleich. Gleich, 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 gleich. Also, drei von denen hier. Und zwei Äxte noch. Ein. Los. Ähem. So, so. Zack, zack. Also, Werkzeug haben wir jetzt keinen Mangel mehr. Äh, Apfel, einen. Und acht. Jam, 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 jam. Okay. Wie kommst du nicht mehr hoch? Warum kommst du nicht mehr hoch? Nee, fast schon. Ich gebe Bäume füllen. Brauchst du wieder Holz? Ja. Treppen. Ganz dringend. Habe ich die Samen dabei? Nein, natürlich nicht. Na, ich wusste es. So. Ganz ruhig. Äh, die hier. Und keine Treppen mehr. Ich werde verrückt. So. Da, da geht nicht. 1 2 3 4 1 6 7 8 9 Scheiße, Scheiße geht nicht Doch, warte, geht Passt perfekt 1 2 3 4 Ich muss hier 1 2 3 4 Ha, ich bin ja, ich bin einfach Ich bin ja King Das passt ja Klaas der King Oder Christa Burke, ich weiß auch nicht Wie mach ich das jetzt hier? Ähm Ich geh einfach mal runter Oben gehört ein Slap drauf Das möchte ich hier machen Ich sieh mich nicht, also ich sieh sowieso nicht was du machst Deswegen brauchst du mich gar nicht fragen wie du das machen sollst Oder glaubst du ich hab so telepathische Fähigkeiten? Und kann ja nie wissen Jaja Bis die Axt kaputt ist, so lang baue ich ab Und so viel, äh, ich pflanze nicht mehr so viele Bäume nach Weil ich will ja auch ein bisschen Ähm, nicht so viel Wald Sondern mehr eine Lichtung bauen Bauen, denn nächstes Mal Damit wir mal die Creeper schon von der weiter, weiter Ferne sehen können Wenn mal, wenn endlich welche spawnen würden Das machst du Ja, wir schlafen noch die ganze Zeit Dann sollten wir jetzt mal das Haus ganz schnell fertig bauen Und dann diese Nacht nicht ins Bett gehen Sondern einfach mal in den Keller oder Genau, einfach mal in die Ecke stellen In den Keller Sich ritzen Könnten wir Das passt dann schon Der Kerl ist auch noch nicht fertig, also Der Kerl ist auch noch nicht fertig, also Der Kerl ist auch noch nicht fertig, also Wahrscheinlich sind da unten Die ganzen Creeper, die verstecken sich da alle Wie mach ich das jetzt am besten? Das mach ich jetzt Ich geb den Tipp Mit ganz viel Liebe Jaja Und falls mal jemand von euch Lust hat So mit uns mal auch ein paar andere Spiele zu spielen Tretet einfach mal unserer Steam Community bei Frisch veröffentlicht Die war ja vorher Das ist keine Werbung Nein, das ist keine Werbung Das ist bloß Ähm Informationsweitergabe Das ist so wichtig Das muss jeder wissen Apfel Apfel Hä? Das passt grad irgendwie nicht zu der Musik, die grad läuft Bisschen orientalisch Ganz wenig So, wird schon passen Wie gefällt's dir? Achso, das seh ich mich eh ned Jaja, ähm, ich hab wieder Holz für dich Ähm Apfel? Hä? Bin ich voll? Ne Okay Okay, den können wir wieder abreißen Ich sammle jetzt hier nicht den einzelnen Sampling ein Sampling Weil wir haben sowieso schon so Sampling, ja Scheiß Samplings Verarsch mich hier Ich komm gleich rüber Dann mach ich dich gerät Ich komm sogar nicht hoch, haha Wow Trotzdem, der Gerät kommt überall hin Der Typ ist auch so cool Der Gerät? Ne, der hat so ne hohe Stimme Der Gerät wird in die Mitte Der Gerät ist im Erfolgschefinladen Der Gerät arbeitet schweißfrei Irgendwie so redet der Ah, jetzt sieht die Mucke aus Ich bin irgendwie ein bisschen taub Ganz wenig Also, ich hab 64 und 25 Holz für dich Ah, die Kastagnetten Sie klüren in diesem Lied Was find ich? Es sind so hinten diese, 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 diese Kastagnetten heißen die, glaub ich Die machen so So, 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 so richtig schöne Schnalzgeräusche Ah Scoothy Essen wäre erst mal Dortea Dann hat sich die Sache Es wird dunkel Mach mir mal ein paar, ähm Cobblestone Slabs Das werden wir noch Cobblestone Slabs Wo ist denn der Cobblestone? Wir sollten das mal ordnen Oh, wir haben gar kein Cobblestone mehr Ich hab noch 17 Ich hab 52 Ja, dann bring ich mir Okay, ich weiß, dass wir in der nächsten Folge machen Cobblestone Kraften Abbauen Oh, die Kastagnette Hört sich gut an Im Hintergrund Wo bist du eigentlich? Oben Hallo, so dunkel Die Nacht, die muss jetzt, bevor hier oben noch was spawnt So, lieben Sie mir denn Also, hier ist ja nicht das Plugin installiert, dass der Creeper nicht hochgeht Ach so Das ist ja bloß im Fanserver Nein, hier gehen die Creepern in die Luft Äh, das soll ich mir mal sagen Also Hallo, das ist nur ein Fanserver, der läuft auf, äh, einem anderen Computern Hallo, das ist der Let's-Play-Server, das ist ja Richtig Der hier läuft auf meinem Hauptrechner Der Fanserver läuft auf meinem Laptop Und mein Zweitrechner, der hinter mir steht, der ist noch unbenutzt Da könnten wir dann noch ein Server laufen lassen Oder ich kaufe mir ein NAS-System, da wo dann auch Server, mehrere Server laufen können Das kommt doch alles, auf euch zu So, ähm, Cobblestone, bleiben wir hier, stehen Dreh dich um, dreh dich um Nein, nein, hier hast du was So Vielleicht kommt Platz mehr Äh, was ist das denn? Ich brauch roten Planks für Treppen Hallo? Roten Planks, dann schau mal hier hinten in die Kiste rein Ganz rechts oben Ah Ah Oh